Dere Leute, Basket Up, Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, ich hätte mir nicht gedacht, dass so ein Video auf meinem Kanal mal folgt, weil ich mich immer versucht habe, aus diesem Thema, aus diesem altleidigen Thema, muss man schon fast sagen, rauszuhalten. Das Impfthema. Ihr wisst, ich habe mich da zurückgehalten. Ich habe weder eine Aussage dazu gemacht, ob ich geimpft bin, was ich zu dem ganzen Impfthema halte, weil es ja sehr umstritten ist. Es gibt einen Haufen an Impfgegner, dann gibt es einen Haufen an Befürwortern. Ich habe aber, so wie auch immer, mich möglichst versucht, aus so einem politischen Thema rauszuhalten. Dass ich aber einen Leidensweg habe, was das Thema Corona angeht, ich glaube, das ist mittlerweile schon eben bewusst. Also ich glaube, ich bin einer von den wenigen, die es wirklich hart getroffen hat, die wirklich wissen, worüber sie sprechen und die auch einiges an Einbußen nach dieser Erkrankung zu tun hatten. Ihr wisst, ich habe drei Monate YouTube-Pause gemacht. Ich habe drei Monate keinen Finger gerührt. Ich habe drei Monate nichts gemacht, außer Pause zu nehmen, Abstand zu nehmen von meinem gesamten Unternehmen. Warum? Weil ich es so lustig gefunden habe und weil ich so viel fort war. Ja, auch. Aber zum Großteil, wie ist das entstanden? Die, die damals das Video mit meinem Videoeinstieg gesehen haben, die wissen, wie das passiert ist. Nämlich überhaupt nicht aus einer lustigen Geschichte heraus, aus einer Laune heraus oder weil ich überarbeitet oder sonst was war. Jeder von euch weiß, ich war sportlich unterwegs, ich habe jeden Tag Sport gemacht, ich hatte ein krasses Mindset. Die, die die Vlogs verfolgen, haben jeden Tag mitbekommen, mit was für einem Elan ich an meine Tage rangehe. Und das wurde mir auf einmal genommen. Klar, durch Blödheit, durch Vernachlässigung, weil ich nicht impfen gegangen bin, weil ich mir gedacht habe, jetzt dauert es mal ewig und ich habe auch keinen Hausarzt und ich möchte nicht extra hingehen und bla bla bla. Und ich gehe dann, wenn es so Impfbusse gibt. Ich hatte ja keine Scheu. Also ganz ehrlich, wie viele Impfungen habe ich alleine beim Bundesheer schon bekommen, wenn ich irgendwo ins Ausland hätte gehen müssen. Also impfen gehört einfach dazu. Das ist für mich notwendig. Ich habe das von Kind an mitbekommen. Zeckenimpfung, Grippeimpfung, Röteln oder was noch alles gegeben hat. Für mich ist das nichts Neues. Das ist jetzt auch mit dieser neuen Krankheit nichts Neues. Es ist halt einfach eine Impfung, die du bekommst, damit du die Herdenimmunisierung erreichst und keiner mehr die Krankheit bekommen kann. Also wer da jetzt davon ausgeht, dass das jetzt was Neues ist, wo uns Mikrochips injiziert werden. Ja, okay. Also da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das sind dann auch die Personen, die überall sehr, sehr viel Paranoia und Verfolgungswahn haben, denke ich mir. Aber ich möchte niemanden über einen Kamm scheren. Für mich ist das nichts Neues, hatte keine Scheu davor, aber ich habe es halt einfach vernachlässigt. Da habe ich mir gedacht, ist ja nicht so arg, ich werde schon nicht krank werden. Und wo ich dann in Kroatien war, habe ich zwei Tage später die Rechnung präsentiert bekommen mit der Delta-Variante. Ganz lustig, auch lässig, wenn du zu Hause liegst, ganz allein, knapp 39 Grad Fieber oder 39 Grad Fieber. Du kannst dich keinen Zentimeter bewegen. Du stirbst halb. Schlimmste Grippe meines Lebens. Ich wäre fast einmal gestorben, einmal fast erfroren. Und hatte die ärgste Grippe. Aber das war nochmal ein bisschen mehr. Nur, dass halt keiner da war, der sich um dich kümmert, weil du bist alleine in der Wiener Wohnung. Auflässig. Aber ja, nach zehn Wochen habe ich gedacht, ist das jetzt vorbei? Super, jetzt kann ich schon langsam wieder mit dem Arbeiten, mit dem Sport anfangen. Dem war nicht so, wie viele wissen. Ich habe sehr lange an Long-Covid gelitten. Bis jetzt eigentlich noch. Jetzt fängt es schon langsam an, dass sich die Lunge wieder erholt. Aber ich konnte keinen Sport machen. Und jetzt nimm mir mal meinen Elan, meinen Sport und die Motivation. Und was ist dann? Ja, nichts mehr. Ich habe Bock auf gar nichts mehr. Ich habe drei Monate Auszeit genommen. Und das hat mich einiges gekostet, Leute. Also hätte ich mich im Vorhinein impfen lassen, hätte ich mir das alles erspart und kein Blan, wo ich heute wäre. Das sage ich euch ganz ehrlich. Also es war ein unfassbarer Leidensweg. Mir ist richtig auf die Eier gegangen. Mir ging es richtig scheiße. Ich hatte auch psychische Zustände aufgrund dieses Nicht-Bewegen-Können, des fehlenden Elans und der fehlenden Energie. Ihr wisst, wie aufgetreten ich bin. Ich möchte jetzt nicht sonderlich auf die psychischen Umstände eingehen, die zu dem Zeitpunkt präsent waren. Aber enge Freunde haben das vielleicht mitbekommen. Aber es soll jetzt auch gar nicht das Thema sein. Das Thema soll sein, geht es euch verdammt nochmal impfen. Wenn ihr euch so einen Scheißdreger sparen wollt, wie mir passiert ist, dann geht es euch impfen. Da fällt niemandem einem Zacken aus der Krone. Man geht hin, die Sache ist erledigt. Und du brauchst nicht weiter draußen umeinander rennen in der Vollfetten mit dem 17. Corona in der Hand, aber gegen Corona demonstrieren und gegen die Impfung und Angst haben, dass irgendwer mit dem Jauckerl vom Mund durch den Kanaldeckel dir ins Wadl spritzt, damit es die Impfung hat. Also das ist an Absurdität nicht mehr zu überbieten. Deswegen meine klare Meinung, wenn ihr mich fragt, dann lasst es euch impfen. Es wird sowieso jetzt nur noch mehr Restriktionen geben. Also sich da lange dagegen zu wehren, gegen eine Sache, die wir schon von Kind haben, die wir schon seit die ersten Krankheiten ausgebrochen sind und wir dank dem Wunder der Medizin dagegen angehen konnten. Da jetzt sich aufzuregen ist meiner Meinung nach Zeitschinderei, Zeitverschwendung, Blödheit und unnötig. Es ist halt, sobald irgendwas passiert, gibt es halt immer welche, die damit protestieren und negative News verbreiten wollen, weil das halt einfach mehr Spaß macht. Aber mein Aufruf an euch Leute, lasst euch impfen. Schreibt gerne eure Meinung da drunter. Ich habe meine Meinung zu dem ganzen Thema. Ich finde, die Sache könnte schon längst vergessen sein, aber es ist, wie es ist. Seid sie die Gescheiterin. Das ist mein Aufruf an euch. Natürlich ist das in der Kooperation mit der Stadt Wien entstanden. Ich sage auch ganz ehrlich dazu, ich hätte mich ansonsten nicht geäußert, weil ich mich hier gleichzeitig für viele, die eine ganz andere Meinung als ich haben, zur Zielscheibe mache, für die ein Feindbild darstelle, weil ich deren Meinung nach hier, ich wahrscheinlich auch gebrainwashed bin durch diesen Mikrochip. Und deswegen wollte ich mich dazu nicht äußern, weil ich weiß, diese Aussage, die ich gerade hier bringe, ist auch gleichzeitig umzumünzen mit einem finanziellen Schaden, der mir dadurch entstehen könnte. Trotz alledem stehe ich zu meiner Meinung, werde die auch weiter so vertreten, habe sie aber bis jetzt für mich erhalten. In der Kooperation mit der Stadt Wien stehen wir geschlossen zusammen. Wir sind der gleichen Meinung. Lasst euch impfen, Freunde. Ich bin sehr gespannt, was jetzt in meinen Kommentaren steht. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich wünsche euch, bleibt gesund, steckt niemanden an, bleibt, halten wir zusammen, schauen wir, dass wir den Scheißdreck endlich hinter uns lassen. In wievielten Lockdown wollen wir nachher? Ich will auch endlich wieder in den Vorbeirn gehen, oder? Sagt kein Sieb. Stehen wir zusammen, geben wir Gas, lassen wir uns impfen. Gmade Wiesen, der Scheißdreck ist vorbei. Meine Meinung. Liebe Leute, das war alles, was ich zu sagen habe. Nochmal, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Bin gespannt, was mich erwartet. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst was von mir, euer Maximilian.